hallöchen und herzlich willkommen zum heutigen video aus der serie reden wir über das leben und zwar geht es noch mal um das unbewusste und zwar feind oder freund ist das unbewusste für dich ein programmierter sklave oder ist es möglicherweise dein bester freund für immer kommen wir noch mal als wiederholung zum unbewussten wie ich hatte in vorigen videos ja schon erwähnt das unbewusste macht mehr als 95 prozent unseres seins aus mehr als 95 prozent unseres seins das heißt es steuert alle körperfunktionen und beeinflusst unser ganzes sein ohne unserem unbewussten wären wir nicht über überlebensfähig wir könnten nicht gehen sehen hören was auch immer weil diese ganzen impulse und diese ganzen aktionen die wir im lauf des tages durchführen werden von unserem unbewussten gesteuert und es stellt auch dass den kontakt zum großen ganzen her das heißt das war im vorigen video eben darum auch hier nochmals diese abbildung das heißt wir haben das bewusste sein wir haben das ganze unbewusste und auch aus unserem herzen heraus dass wir reagieren und wir als mensch jeder einzelne mensch von uns ist verbunden mit dem großen ganzen und was ist jetzt das unbewusste für uns das heißt es kann ein mächtiger feind sein wenn wir uns eben davor fürchten wenn wir dagegen ankämpfen und wenn wir glauben es manipulieren zu können oder um programmieren zu können oder es kann auch ein mächtiger freund sein das heißt entscheiden was dein unbewusstes für dich ist musst du selbst und solange du dich davor fürchten möchtest wird es so sein und wenn du aber der möglichkeit eine chance gibst dass es vielleicht jetzt gar nicht dein feind ist dass es jetzt gar nicht gegen dich arbeitet sondern eben wie der beste freund an deiner seite steht dann kann es auch genau so sein das heißt wenn wir es als das sehen was es beziehungsweise was es sein könnte wenn wir es zulassen und dann eben uns die mühe machen wirklich es also unser unbewusstes wirklich kennen zu lernen und zu erforschen wie es dick dann kann es unser mächtigster freund werden weil ich komme jetzt nochmal auf den anfang zurück mehr als 95 prozent unseres seins ist uns nicht bewusst ist unbewusst und von daher wenn wir da nur einen kleinen prozent anteil von diesen 95 prozent uns zunutze machen können indem wir es als freund empfinden als die indem wir es als freund behandeln und nicht als irgendetwas vor dem wir uns fürchten müssen und was wir bekämpfen müssen was wir umprogrammieren müssen was auch immer dann kann es auch wirklich zum besten freund für immer also best friends forever werden und dazu gehört natürlich auch dass wir uns der glaubenssätze bewusst werden die uns in unserem bisherigen leben bis jetzt eben wir uns angeeignet haben und jeden glaubenssatz auf den wir drauf kommen eben hinterfragen ist der förderlich oder ist er nicht förderlich und wenn er nicht förderlich ist gegen etwas anderes eintauschen in zusammenarbeit mit dem unbewussten und nicht vom verstand her jetzt irgendetwas verändern wollen und das ist das was ganz wichtig ist da geht es jetzt eben nicht um das bewusste sein oder auch um das bewusst sein dass wir vom denken vom meint her irgend etwas anderes uns jetzt einreden wollen sondern eben wirklich in die tiefe gehen und sagen okay da kommt da kommt da ploppt ein glaubenssatz hoch ist ja jetzt noch förderlich für mich und wenn nicht dann wirklich in zusammenarbeit mit dem unbewussten sagen okay was hätte ich gerne stattdessen und wie kommen wir da jetzt dazu dass eben das andere eintritt noch etwas zum umprogrammieren selbstverständlich kannst du dein unbewusstes umprogrammieren das heißt durch affirmationen suggestionen powersetzer hypnose selbsthypnose autosuggestionen was auch immer das problem daran ist das problem daran ist dass eben wenn wir das unbewusste umprogrammieren eben durch irgendwelche sätze durch hypnose durch nlp-techniken oder was auch immer dann ist es eben umprogrammiert wir haben vom verstand her affirmationen suggestionen powersetze ausgewählt oder wir haben eben durch hypnose irgend etwas verändern lassen in unserem denken oder eben durch irgendeine techniken oder sonstige techniken eben etwas verändert und die vorteile davon sind eben wenn man es umprogrammiert dass wir jetzt uns nicht unseren dämonen stellen müssen weil im prinzip affirmationen suggestionen powersetze sie kratzen an der oberfläche wir brauchen uns nicht unseren wirklichen echten inneren dämonen stellen du kannst an der oberfläche kratzen aber der nachteil ist das sage ich jetzt aus meiner eigenen persönlichen erfahrung möglicherweise gilt es auch nicht für alle aber mein meine erfahrung aus den letzten mittlerweile 40 jahren ist dass eben nur der misthaufen in dem unser strahlender diamant vergraben ist dass der einfach mit schlagsahne überdüncht wurde und aber trotzdem die scheiße trotzdem noch zum himmel stinkt und wir behandeln durch das umprogrammieren nur die symptome und nicht die ursache und der ganz ganz große nachteil ist wenn wir mit affirmationen suggestionen powersetze was auch immer da jetzt in unserem unbewussten herum vorwerken herumfuschen dass es durchaus passieren kann sobald wir damit wieder aufhören dass es nicht mehr funktioniert das heißt konkret ich habe 1983 angefangen mich mit dem unbewussten zu beschäftigen damals mit den büchern von dr josef murphy die macht des unterbewusstseins oder so irgendwie da gab es eine ganze serie davon ich habe mit autosuggestionen begonnen mit affirmationen suggestionen selbsthypnose eigene kassetten besprochen also wirklich hypnose texte gesprochen und 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 als ich aber dann aufgehört habe nach ungefähr drei jahren war es dann irgendwie dann habe ich meinen zweiten mann kennengelernt und 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 ich wollte eben ein nettes und angenehmes familienleben so irgendwie in die richtung also ich wollte etwas anderes wie in erster ehe und als ich dann eben einen mann kennenlernte wo ich damals dachte dass ich genau das alles habe oder bekomme was ich mir erträumt hatte was ich eben man könnte sagen beim universum bestellt hatte und ich habe wieder aufgehört mit diesen ganzen affirmationen suggestionen dann ist das alles wieder eingeschlafen und es ist irgendwie es hat nicht mehr funktioniert wenn man aber und das ist eben ich habe da jetzt auch geschrieben du darfst mit den techniken nie aufhören also das ist meine erfahrung kann sein dass du eine andere erfahrung hast ich habe nach drei jahren aufgehört mit diesen techniken und es ist dann immer wieder bergab gegangen ich habe zwischendurch immer wieder angefangen mit irgend so was in die richtung ich habe dann eben auch die nlp ausbildung gemacht zur jahrtausendwende und 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 aber irgendwie es hat nicht für immer und ewig gegriffen und ich bin dann eben ende der neunziger habe ich hunger kennengelernt die habeanische form des abenteurer schamanismus und da dann eben auch die wirkungsweise der drei bewusstseinsebenen als für mich absolut stimmig empfunden das heißt ich habe das unbewusste lieber als besten freund als dass ich es um programmieren möchte und ich habe mich eben wie gerade schon auch erzählt intensiv damit beschäftigt und es immer besser kennengelernt und dann eben durch hunger also durch hunger gemerkt festgestellt erkannt dass es eben für mich wesentlich sinnvoller ist das unbewusste als besten freund zu nicht nur zu sehen sondern auch so zu behandeln das ist der auslöser war der film mein freund habe da geht es um einen zwei meter zehn und den halb großen weißen unsichtbaren pucker der eben dem hauptdarsteller dabei hilft dessen ziele zu erreichen und auch immer wieder dann sie belohnen sich dann auch immer wieder dass sie dann in einen gasthaus gehen und eben einen lüpfen war immer so gehen wie einen lüpfen das heißt er ist dann der james steward in der rolle von elwood p daut ist dann immer in ein lokal gegangen und hat zwei schnäpse bestellt und dann ist eben er mit seinem unsichtbaren freund da gesessen und hat sich auch belohnt und hat dann auch noch einen schnaps konsumiert so als feier. wir feiern wir feiern dass jetzt ein plan gelungen ist und das war eben so diese kombination von hunger und eben dieses mein freund habe hat dann in meiner welt auch dazu geführt dass ich eben das zusammenfasste und daraus 2007 mein buch mein freund kuh geschrieben habe kuh ist die ist die bezeichnung im hunner für das unbewusste und das ist eben mein freund kuh entstanden dass ich eben sage okay mein unbewusstes ich habe jetzt keinen zwei meter zehn und einen halb großen weißen pucker der jetzt meine wünsche erfüllt sondern ich kommuniziere mit meinem unbewussten so wie der james steward eben im film mit seinem hasen da mit seinem großen weißen pucker kommuniziert hat. das heißt ich lege mich in die badewanne und sagt du das und das hätte ich gern zeig mir den weg wie ich es bekommen kann. oder auch so du ich überlege jetzt gerade das und das und gebe mir irgendein zeichen ob es ob es passt ob wir das zusammen realisieren wollen. und wenn ich so mit meinem unbewussten kommuniziere dann bekomme ich auch die entsprechenden antworten das heißt nein wenn mir spricht keiner ich schändle jetzt nicht irgendwas sondern es kommen dann impulse von außen die mir ja oder nein sagen oder eben jetzt wenn wir auf human design schauen es springt der generator an oder eben nicht das heißt wenn ich so richtig entspannt bin und sage okay das und das hätte ich gern was hältst davon machen wir das. und der generator springt an und das ist so ein wohliges gefühl und so ja will ich unbedingt haben jetzt nicht vom verstand her das sollte ich tun damit ich das und das erreiche sondern wirklich so ein inneres wohliges warmes gefühl von wegen ja das wollen wir das das machen wir das ziehen wir jetzt durch. und wenn das nicht mit an bord ist dann bringt es mir auch alle die ressourcen die ich brauche das heißt ich behandle mein unbewusstes wirklich wie meinen besten freund. mit meinem besten freund setze ich mich auch nicht hin und hypnotisiere ihn oder sie sondern mit der gehe ich essen und sitze vier stunden beim brunch im schloss glocknetz und lasse mich verwöhnen und wir plaudern und wir hacken neue ideen aus neue umfüger was auch immer. ich hoffe ich habe es jetzt irgendwie rüber bringen können warum ich sage umprogrammieren ist jetzt auf dauer und auf lange sicht nicht zielführend. das heißt auch ich muss jetzt noch die techniken immer wieder machen nur jetzt ist es etwas ganz was anderes das heißt ich habe keine fixen sätze die ich da jetzt immer wieder runter bete einmal in der früh einmal zum mittag einmal am abend und ich bin so gut ich bin so toll ich bin so schön und ich erreiche alles was ich will. sondern ich weiß einfach in der zwischenzeit ich kann alles erreichen was ich will und wo auch mein generator anspringt und sagt ja das machen wir jetzt. und das ist eben warum ich auch jetzt diese diese ganze Arbeit mit dem unbewussten gerne mit human design verbinde weil ich sage human design ist so die landkarte die human design ist diese analyse wo ich meine veranlagung feststellen kann und wenn ich mich dann meiner veranlagung gemäß verhalte und auch mit meinem unbewussten meiner veranlagung gemäß reagiere dann flutscht das leben fast von selbst und ich brauche nicht mehr viel dazu tun. das war es jetzt für heute diesmal etwas kürzer vielen dank dass du dabei warst für einen daumen hoch wenn dir das video gefallen hat bzw wenn du meinen kanal noch nicht abonniert hast freue ich mich auch darüber und auch über einen kanal über einen kommentar wenn du irgendwelche fragen zu diesem video hast oder irgendwelche thematiken noch die einfallen über die wir noch sprechen könnten oder ich sprechen könnte und ich freue mich auf ein wiedersehen demnächst tschau baba bis bald das war es jetzt hier in die nächste Minute es ist hier in der nächsten lBOB das war es jetzt was ich freue mich auf die nächste Nummer es ist hier in der nächsten Unfassen